Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle-Story. Unserem großen Plattmachen auf der Endkarten, mehr oder weniger. Und ich merke gerade, hier ist einer irgendwie abtrünnig geworden und geistert irgendwo rum, wo er nicht sollte. Gut. Es geht ja im ersten Linie erst mal darum, hier aufzuräumen. So. Also den Steinbruch wegmachen. Die Treppe und die Treppe hier vorne. Also die beiden Treppen hier vorne sind die einzige Möglichkeit, noch hier hochzukommen. Das ist gut. Also nehmen die Breakdowns da nicht irgendwelche Wege, die komisch sind. Und da habt ihr ein Steinchen übersehen. Oder kommt Bestiol jetzt und macht's weg. Bestiol kommt und macht's weg. Okay. Ja, dann haben wir nur noch wirklich die fünf Abschnitte hier. Zum abbauen. Und zum füllen natürlich. Aber zum füllen haben wir natürlich auch noch mehr. Also es sind nur noch die fünf Abschnitte, die wir abbauen müssen. Und da müssen wir sie natürlich auffüllen. Wir müssen aber auch noch mehr auffüllen. Flomk, mach die Kamera einfach mal. Was. So, die sind fertig. Das heißt, sie können da jetzt auffüllen. Also, die Kacke, warum sammelt ihr das auf? Schmeiß das da bitte hin. Okay. Äh, nicht ab. Jumpen, wegwerfen. Can't reach my destination. Ich habe mich verheilbar, oder? Warum lauft ihr jetzt alle da lang? So, der Quarry kann weg. Und sie machen wieder komische Sachen. Auch gut. Nicht hinterfragen, einfach machen lassen. Ich weiß. Ich weiß. Hüi! Vielen Dank. Gut, sie füllen auf und hier baut sie ab. Aber ich finde es immer noch komisch, dass sie lieber hier hinten rumlaufen. Wir haben tatsächlich noch hier ein Stück von dem einen Berg und hier ein ganz kleines bisschen von dem Berg, der hier in der Ecke stand. Ist auch krass. Ich bin ein Stück von dem Berg, der hier in der Ecke stand. Ich bin ein Stück von dem Berg, der hier in der Ecke stand. Das letzte Stück wird heute lustig werden. Das ist ein Stück von dem Berg, der hier in der Ecke stand. Ich bin ein Stück von dem Berg, der hier in der Ecke stand. He! Warum hatte der gerade fünf? Sammel hier mal auf. Wie viel hast du jetzt? Ah. Hm. Dann räum noch die fünf auf der anderen Seite auf, dann hast du die zwanzig wieder. Hm. 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 Wie weit sind wir hier? Oh, fast schon durch mit dem. Dann mache ich das, was ich normalerweise nicht machen sollte und verschiebe es einfach mal wieder. Und gleich haben wir wieder totales Chaos, garantiert. Wie weit sind wir hier? Geh! Geh, geh! Äh... Ja, okay. Ja, okay. Ja, leider sind wir wieder an einer Stelle, wo ich nicht viel rüber reden kann, weil wir halt warten müssen, bis sie hier aufgefüllt haben. Da müssen wir hier hinten ein Stück auffüllen, wenigstens. Okay. 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 Komplettes Chaos. Musik Sieht ja auch wieder ziemlich löchrig aus. Warum? Warum hat sich X-Rider die Mühe gemacht, hier runterzuhüpfen, da runterzulaufen und den Block wegzuhauen? Ach ja, und da fehlt auch schon einer. Da verstehe ich es noch einigermaßen, da verstehe ich es wieder nicht. Sogar hier drüben fehlt. Äh, was? Achso, das gehört zum, ja gut, das gehört zu dem Steinpunkt dazu. Sogar hier drüben. Sogar hier drüben. Sogar hier drüben 0.5readg Ноbald gibt es noch ein偶然. Sogar hier drüben. Sogar hier drüben, kei heißt quasi von G expect, weiße diese Merez in rollzulacaduur was gezielt. Preis vem ganzer drüben. Uvent ist erstens. Hüi! sie kriegen sie aber langsam wieder hin hier sie Also ja, das hier kann wie gesagt eine Weile dauern, bis wir da überhaupt mal eine Schicht weg haben. Vor allem, weil sie halt auch immer wieder von hinten hochlaufen. Aber schönerweise tut unser Stockpile langsam abnehmen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die doch etwas näher zum Stockpile sind als die Bergarbeiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.